Ich hab jetzt wieder vier Stück mehr mit dem Tag gehabt, deswegen. Coo. Dann muss ich hier mal gerne auch holen. Geh mir mal das schwärzt und wieder, was ich dir grad gegeben hab. Hab ich halt voll hingeworfen. Coo. Coo. Coo und Coo. Schmuschkerns. So, ME-Kabel. Muss ich das? Okay. Okay. Ich hab's ja noch mehr, aber ich hab's ja noch nicht mehr gut. Okay, nein. Okay, nein. So. So. Liebe Crabby, baust du schon? Ah, das kann ich ja gar nicht hinbauen. Nein! Anderns kann ich ja wohl hinbauen irgendwie, das geht schon. Ich krieg das hin, ich krieg alles hin. Ich glaub an dich. Ja, ich auch. Nein! Ich geh noch von keiner Energie. Nein! Mama. Sag ich, Gott, ich brauche die MJ. Bitte. Ich brauche die MJ. Ich brauche die MJ. Eine klasse MJ. MJ steckt mir zur Hölle. Minecraft-Schule? Ja. Ja, das ist echt... Scheiße. Aua. Aua, was ist das? Warte mal. Was? Ah! Juli? Ja? Was für eine Einheit bekommst du aus einem High Voltage? Kriegst du da auch MJ raus? Oder kriegst du da EU raus? Ich kriegst auch EU raus, gell? Ja. Ähm. Mit einem High Voltage. Sondern ja, was ist? Ja, war gerade ein Creeper. Wo? An der Quarry. Das ist doch nicht schlimm. Ähm. 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 Ich glaube, ich sicher das Areal erstmal. Oh nein, jetzt muss ich das mit den Landmarks nochmal machen. Dein Motor muss das nochmal machen, Alter. Ja, pass, Laxeli. Umdi-dum-di-dum-di-dum-di-dum-di-dum-di-dum-di-dum-di. noch mal zurückfliegen jetzt halte ich mich da schon schon zwei stunden mit auf ne eine stunde ich wollte dann in 20 minuten wollte ich da fertig sein hier aber sagen war wohl nix, ne? gibt's ja gar nicht Betty was machst du? ich muss grad schauen wo ich die Dinge anschließen kann das Ame Terminal und das Zeug ich mach dir auch Strom ja der Strom ist unten irgendwo warte mal schauen ob ich das können wir das da rein ausschließen das geht auch nicht Mama, warum geht das nicht? aber wo ist noch ein Jetpack? da ist noch ein Jetpack da ist noch ein Jetpack ja warum ich versteh das nicht ich versteh das gerade auch nicht wirklich ach ach Gott warte mal ich hab da so ne leichte Idee hast du nen Fehler gemacht oder was? wie bitte? hast du nen Fehler gemacht? dezent, sagen wir so eigentlich das muss ich jetzt da nach hinten oder was? Jetzt fehlt mir ein Landmark, Alter. Oh, ne. Ich bin doch ein armes Schweiß. Ja, bist du. Oh, Gott. Ich bin gleichzeitig einsam. Komm schon, sag mir das da unten irgendwo. Warte, probier ich trotzdem nochmal, ob das geht. 14.4. Bitte, Minecraft, sei so schlau. Sei mal nicht so aus der Zeit. Oh, Gott sei Dank. Zufig. Wolle ich meinen Jackpack... und gehen in Berlin die Diamante mit halbisch kaputt gegangen und können neue holen muscheln 9 Karten nein wir haben nicht nur möglich haben wir haben nicht mehr mögliche kommen wir noch da ein bisschen Wende wir haben Prozent der Grundschule haben Tür, komm her. Wann kommt ein Du-Zeug-Alien da nicht her, ist mir aufrascht. Da! Ähm... Und wann kommt jetzt... Der Controller dahin? Warte, warum kriegt der keinen Strom? Power is low. Ja, you leave. Das tue mich eigentlich komplett verarschen. Achso. Wie stehen wir da unten an? Wow, Power is low. Hä? Äh, Petty, was machst du? Power is low! Ja, weil du den Ausgang nicht hast, sondern einen Eingang. Mama... Welcher war der Eingang? Der Grüne? Äh, Ausgang? Der hier? Welcher davon ist der Grüne? Der hier? Siehst du nicht? Ne. Der ist bei mir grün hier vorne. Achso! Der ist bei mir... Äh, auf jeder Seite. Äh, das Ding auch noch leer. Ja... Warte mal. Ja, warum nicht enden das einfach kurz um? Pass auf. Nö, ne, 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 ich baue das unten um. Chill, Mann. Nein! Ach! So, jetzt... Ich brauche die Badbox eh nicht, die wird eh nicht genutzt. Okay. Komm, dann drück's einmal her. Cool. Jetzt weiß ich nicht mehr, was ich brauch. Äh, äh, Diamantkabel. Diamantpipe, genau. Wo haben wir die? In der Kiste. Ach, ich hab sie gesehen. Jawoll! So. Bestützt fertig. Und das Ding. Dahin. Gleich. Zack, zack, und zack. Hehehehe. Hehehehe. Hab ich gut gemacht. Bist fertig? Hab ich gut gemacht? Ich weiß nicht, ich bin nicht mehr bei dir. Ich hab gut gemacht. Okay, dann glaub ich dir mal, dass du gut gemacht hast. Dummdi dummdi dumm. Wenn ich sag das, würde ich jetzt erstmal sagen, ich muss es übergehend für Steine benutzen. Weil wenn, dann muss ich erst noch die, äh, 64 Karte ja machen. Damit wir dann richtig arbeiten können und alles. Ach, geh ich gut? Ich versteh. Dann geh ich gut. Äh, blum. So, so, weg, weg. 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 Gott, dahin. Erstmal alles.